Die Draw behaupten, dass keiner durch ihre Festung gehen und in unter einer Stunde 25 magische Glücksbringer sammeln kann. Ich hab gesagt, du machst das in ein paar Minuten. Da gibt es viele Wände, die den Weg versperren. Aber wozu gibt es denn Bomben? Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Zur Hälfte geschafft. Noch zwei Minuten. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Noch eine Minute. Drei, zwei, eins. Heldenherausforderung abgeschlossen, gut gemacht. Wow, hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst echt klasse. Genieß die zusätzliche Macht.